Wir sind einmal mehr im Magic Haus, Magic at Home. Und es ist Osterzeit, da machen wir in der Schweiz Eierdütsche. Ich weiss nicht, wie das auf Hochdeutsch heisst. Den Brauch gibt es auch in Österreich und in Deutschland die Eier aufeinander zu schlagen. Wie gesagt, der Fachausdruck, den kenne ich nicht, könnt ihr mir ja mal verraten. Ich habe mich da ein bisschen eingelesen ins Thema und habe hier einen Eierkarton. Ganz wichtig ist, dass es noch Eier drin hat. Einige haben wir noch. Und ich zeige jetzt Eierdütsche, aber auch magisch. Und zwar werfen wir die ganzen Eier einfach auf den Boden und sie kommen sofort zurück. So, ich kann das natürlich öffnen. Die Eier sind nicht nur echt, sondern auch unversehrt. Es geht auch mit einem Ei. Achtung und nochmals. So, magisches Eierdütsche. Das wird eure Lieblingsbeschäftigung sein jetzt über die Ostertage. Kommen wir zur Auflösung. Das ist dieser Eierpack und es geht alles ums Timing. Ich schmeisse den nicht wirklich auf den Boden, sondern im letzten Moment stoppe ich. Gehe mit dem Fuss auf den Boden, dass es dieses Knallgeräusch gibt und werfe den Karton wieder hoch. Allerdings muss ich vor Tischbeginn loslassen, dass man nicht sieht, dass ich wieder hochwerfe. Auch sollte der Ellbogen unterhalb vom Tisch sein. Und werfe es hoch, fang es gleich wieder auf. Im Ablauf sieht es dann so aus. Oh, es geht natürlich auch mit einem einzelnen Ei. Man wirft es runter, hält es und wirft es wieder hoch. Und wie das aussieht, habt ihr vorhin gesehen, spult das Video nochmals zurück. Versucht es jetzt nicht gleich mit Eiern, auch wenn es gut zu Ostern passt, sondern macht es mit irgendwas anderem, das nicht kaputt gehen kann. Und wenn es dann mit Eiern versucht, dann versprecht ihr an mir, dass ihr die auf jeden Fall esst, egal in welchem Zustand ihr sie hinterlässt. Viel Spass!